Stefan, wenn du ohne Sinn und Verstand rumdiskutieren willst, dann geh doch zu Clubhouse. Ja, bei Hertha, es rappelt im Karton, Tong, Tong. Bruno Labbadier hat ja gesagt, der wird alles von den Medien hochsterilisiert. Und jetzt sind der schöne Bruno und der Brez an einem Tag kassiert worden. Nach der Niederlage gegen Bremen. Vier Trainer sind jetzt schon entlassen worden, nachdem sie gegen den Kohfeld gespielt haben. Jetzt frage ich mich, kann Bremen auch mal gegen sich selbst spielen? Stefan und Andy, ihr seid doch unser Mittelfeldmotor, oder? Und warum bringt ihr dann so eine Leistung wie ein Tandem? Ja, und bei der Hertha, ne, ist der Dardai wieder zurück. Jetzt ist die Frage, ne, können sich die Berliner denen leisten? Oder auf Englisch, can you PayPal? Ne, ich hab letztens am Himmel, hab ich eine Sternschnuppe gesehen, hab ich mir gewünscht. Hoffentlich gewinnt Berlin mal wieder. Da ist sie wieder umgedreht. Hey, Christian, du bist doch unser Abwehrchef, oder? Da merk ich nix von. Das einzige Mal, wo du Chef genannt wurdest, war beim Döner holen. Ja, und bei BVB, ne? Müssen wir mal wieder die Abwehrkräfte stärken, ne? Da hab ich nen Tipp. Auch mal im Training, muss man eins machen, in die Verlängerung gehen. Hier, Verlängerung. Ach. Oh, ich bin ich kotze. Christian! Verlängerung. Check. Auf jeden Fall die Abwehrkräfte. Alter, was ist denn da drin? Andi, du hast ein mentales Problem. Du brauchst sie nicht anhauchen, das ist dann Menthol! Meine Jungs, die erreichen die Herdenimmunität eh durch den Konsum ihrer Galtopfenschorle. Wenn dir noch das Pilzkin schmeckt, hast du dich nicht angesteckt. In diesem Sinne, Durst ist schlimmer als ein Zweikampf. Kevin! Rüber! Der ist so hohl, der hat im Internet einer Spülmaschine eine 1-Sterne-Bewertung gegeben, weil die plötzlich von innen nass war. Beim FC Bayern, optisches Highlight, Karl-Heinz Rummeligge mit einer Taucherbrille als Maske. Das sah super aus. Mein Gudrun hat auch gesagt, Uwe, das geht nicht. Du bist hier in der Flimmerkiste zu sehen, Maske ist Vorbild und die trägst du jetzt. Und deswegen hat sie mir was mitgegeben, ich habe jetzt eine eigene Maske. Ja. Na, was? Das ist geil. Kennt ihr nicht, oder was? Ich zeige euch das mal, wie das funktioniert. Wenn ihr jetzt fragt, warum habe ich das Ding überhaupt noch nicht verkauft, diese Maske? Geht nicht, die NASA hat schon ein Patent angemeldet. Markus! Lässt du weiterhin hinten alles offen? Melde dich bei den Australian Open! Viele in der Mannschaft bei uns haben Probleme. Die können folgende Sachen einfach nicht aussprechen. Ich habe einen Fehler gemacht. Tut mir leid. Ich habe den Zweikampf verloren. 55, 500.000, 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 500.000. Mann, ey, wer hat denn diesen Scheiß-Text gemacht? Man kann es ja gleich nehmen, als wir noch in der Wiege lagen, gab es noch keine Liegewagen. Jetzt kann man in den Wagen liegen und sich in allen Lagen wiegen. Herrmann! Bist du weit hinten, na? Ja? Ich muss aber auch mit zwei Händen an links wischen. Mhm.